Ich habe einige. Also ich glaube, ich habe das gar nicht viel. Ich hatte es im Angebot, wo das für 50 Euro drin war, dann habe ich mich richtig geärgert, wo es für 10 drin war. Ich bin ungewohnt alles zu lesen, ey. Ja. Und wir hier quatschen. Ja. Auch nicht besonders einfach. Vor allem, eigentlich habe ich nur derer gehört, wenn er gelacht hat. Oh ja, die Neues der Trainingspuppen werden ja doch so teuer werden. Ah, ein Auto. War das ein Auto? Ja, hier sind... Achso, hier war ein Auto. 2,1, 20. Äh, dahin. Das Wasser steht seit Stunden hier unten. Ich glaube, 5 Millionen XP. Ah, kalt. So ungewohnt. Äh. Oh, ich habe dem so noch nie so leer gesehen. Ja. Tatsächlich mal leer. Gehe jetzt sogar mal zu Fuß. Einmal bei 5.45. Da habe ich es so leer gesehen. Oder 5.4. Gehe jetzt sogar mal die Wege alle zu Fuß. Bitte? 1240. Woo. 146. Es kommen langsam immer mehr rein aus der Freundesliste. Ja. Lass mich ran, Alter. Oh. Oh. 146. Alter. Ich weiß, wo sie alle sind. Ja, ja. In Altschala. Ja. Und hier. Da geht es ja zu Altschala. Wahrscheinlich. Denk ich es doch mal. So. Werdet ihr herausfinden, wenn ihr so weit seid. So. Dann bin ich mal wieder. Okay. Bin ich mal wieder weg. Okay, tschüss. Mhm. Ich will blau. Blau weiß. So. Das dauert jetzt erstmal wieder, bis ich alles leise gemacht habe. Ich weiß noch nicht, ob ich sie irgendwie nebenbei stumm schalten kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn ich sie allgemein stumm scheitere, dann ist ja nichts. Ähm. Wo ist die Person? Und. Da. Warte. Da. So. Dann tut man nicht. Nicht hoffentlich, oder? Ja. Doch. Sehr gut. Ähm. Anna bist du ja. Ich habe mich bereits um eure Passierscheine für die Überfahrt gekümmert. Das Schiff, das Krille für uns organisiert hat, sollte in Kürze hier im Hafen einlaufen. Ich schlage vor, wir warten bis dahin am Pier. Äh. F12. Also wenn ich F12 drücke, mache ich einen Screenshot bei mir. Meinst du F12 jetzt in Ingame oder meinst du F12 bei Discord? Äh. Ist gut. Äh. Äh. F12. So. Ja. Ich warte auf die ersten Synchronszenen. Ah, okay. Bei mir mache ich aber komischerweise immer Screenshots. Also einmal von Dinges aus und einmal von irgendwas anderem noch, was ich offen habe. Ja. Aber ich probiere es gleich mal. Vielleicht klappt, funktioniert es ja trotzdem. Ich habe jetzt eine Kürze. Unser Gepäck ist an Bord verstaut und das Schiff bereit zur Abfahrt. Wir sollten also in Kürze ablegen. Ausgezeichnet, alles läuft nach Plan. Das ist hoffentlich ein gutes Omen für die gesamte Überfahrt. Schon komisch. Ich war noch ganz grün hinter den Ohren, als ich den alten Louisois das erste Mal traf. Er war gerade mit einem Schiff aus Charlayan angereist, ähnlich wie unseres hier. Und jetzt, all die Jahre später, trete ich mit seinen Enkelkindern die Reise in seine Heimat an. Irgendwie verrückt, wie das Leben manchmal so spielt. Erstaunlich, nicht? Der Fluss der Zeit ist unergründlich und seine Biegungen bleiben uns stets verborgen. Man weiß nie, wohin er einen führt. Wenn ich mich recht entsinne, hat dich der gute Meister Louisois damals dabei ertappt, als du ihn von seiner Gielbörse zu erleichtern suchtest, nicht wahr? Lange ist es her, mein Freund. Hm. Wie bitte? Tankred, der Taschendieb? Das müsst ihr mir jetzt aber erzählen. Außer, Mann. Estinien, ist das für dich das erste Mal in Charlayan? Ein Held von deinem Kaliber hat doch bestimmt schon die entlegensten Winkel der Welt gesehen. Kein Held von deinem Kaliber. Warum das schmeichlerische Gehabe, Alfino? Ich bin auch nur aus Fleisch und Blut. Äh, ich... Ich wollte nicht... Ich... Ich meine, ich wollte nur meinen großen Respekt für dich zum Ausdruck bringen und... Ich weiß, ich weiß, ich sollte dich auch nicht wie ein Kind behandeln. Aber ich bin nur einer untergleichen. Ein Freund. Oder gefällt es dir besser, wenn ich dich weiter kleiner nenne? Das würde bestimmt einen guten Eindruck bei deinen Verwandten und Bekannten in Charlayan machen. Das stimmt. Schon gut, schon gut. Tut mir leid. Du hast recht. Einer untergleichen. Ein Freund. Geht doch. Alles in Ordnung, Tataru. Die Sorge steht dir ja förmlich ins Gesicht geschrieben. Ah, ich? Äh, besorgt? Aber nicht doch. Alle fliegen zurück in die Heimat nach Charlayan. Ist doch toll. Allerdings sind da auch die Telophoroi, die nichts anderes im Sinn haben, als unsere schöne Welt zu zerstören. Und ich... Ich stehe hier und frage mich mal wieder, ob ihr auch alle gesund zurückkommen könnt. Das ist auch toll. Vielleicht gehen wir wirklich alle drauf. Sei unbesorgt, Tataru. Wir passen auf uns auf. Versprochen. Und innerlich komme ich wirklich nie wieder zurück. Ich glaube, hätte ich das gern, wurde sehr viel umgebracht. Versprochen? Aber ein Versprechen bricht man nicht. Hörst du? Wir werden sterben. Wir werden sofort sterben. Das ist ein Glück. Ihr seid noch hier. Das nicht nur einmal. Ach, die. Das würde ich wieder überleben, wenn das war. Oder ob ihr könnt. Halt. Wir sind unterwegs zum Turm der Endzeit in La Nosea. Da knöpfen wir uns gemeinsam mit dem Mahlstrom und den Kobolden die dunklen Primael vor. Vorher wollten wir euch aber noch verabschieden. Hm. Das lieb. Wir sollen euch außerdem recht herzlich von Flamin und den anderen grüßen und euch eine gute Reise wünschen. Sie halten die Stellung, bis ihr wieder zurück seid. Das gleiche gilt natürlich auch für uns beide. Solange der Bund der Morgenröte Wache steht, wird es keinen Weltuntergang geben. Telephorei hin oder her. Meine Damen und Herren, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich bitte alle Reisenden nun, das Schiff zu besteigen. Es geht los. Dann sollten wir nicht länger warten. Bleib bitte alle gesund und grüß die anderen. Sobald wir etwas Handfestes herausfinden, melden wir uns. Gute Reise, Freunde. Und so nimmt ein neues Abenteuer seine. Aber noch ist sein Ausgang keineswegs abzusehen. Die Zukunft der Welt bleibt ungewiss. Der Vorhang hebt sich und offenbart dem gespannten Publikum uralte Weisheiten. Alles Leben muss vergehen. Liebe erblüht und welkt. Aller Anfang hat ein Ende. Genieße jeden Moment deiner Existenz. Denn am Ende deiner Reise... Da, wo Seelen und Sterne ruhen, erwartet dich die Wahrheit. Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann werde ich das Versprechen einlösen, das ich vor so langer, langer Zeit gab. Land in Sicht! Alle Augen zum Bug! Wir haben Shadajan erreicht! Nun geh, es ist das Versprechen des Unbekannten, der Blick auf einen neuen Horizont, der seit jeher fasziniert. Bald schon werden wir uns wiedersehen. Was für ein herrlicher Morgen. Genau das Richtige für die verspannten Glieder. Guten Morgen! Schon einen Blick auf unsere Heimat werfen können? Na, dann lass uns doch gemeinsam zum Bug gehen. Dort sollte die Aussicht am besten sein. Schlimm ist, dass wir gleich mit dem Hund einmal ganz kurz rausgehen. Ah, da seid ihr Schlafmützen, Jan! Da ist es. Das gute, alte Shalayan. Ah, tatsächlich. Und so kehren wir zurück in die Heimat. Vielleicht heißt man uns im Hause Lübbel eher nicht mehr willkommen. Aber das soll uns nicht aufhalten. Das ist ja nicht so, als werdet ihr ganz auf euch allein gestellt. Wir sind jetzt, glaube ich, seit... Warte... ...ne Stunde sind wir drin. Ihr solltet eure Treuen begleiten und uns des Schiffes nicht vergessen. Was auch immer uns erwartet, wir werden es gemeinsam durchstehen. Wobei ich jetzt einmal gleich kurz mit dem Hund raus muss. Der Hund ist nämlich gerade oben wach geworden. Ey, jetzt kurz, ganz die Runde. Also einmal kurz in den Garten lassen. Danke, eure Unterstützung bedeutet uns wirklich viel. Das macht der Hund nämlich noch ins Haus. Und das muss nicht sein. Nicht mehr lange. Und das Schiff wird den Al-Jahla-Yan anlegen. Dem Herzen der Nation. Seitdem nennst du frisches Hund. Jetzt frisch ist es auf der Arbeit. Aber pscht, das soll er doch nicht wissen. Wie den Hund nennen. Nein! Oh Gott, das will... Oh, lass mich endlich da hin! Lass mich endlich da hin! Schauen wir die Gegend angucken. Er zog aus! Ah! Geil! Scharlayan. Eine einsame Inseln-Nation in den Weiten des Nordmeers. Wenn wir das auch schon da kommen, genau richtig. Ja, sehr gut. Was gibt's denn? Unter dem wachsamen Auge ihres Patrons Thaliak, dem Gott der Weisen und der Denker, horten die Scharlayaner das Wissen dieser Welt. Einst unterhielten sie eine kleine Kolonie im dravanischen Hinterland, in der sie Studenten aus aller Welt willkommen hießen. Doch sobald die eiserne Faust gar niemals nach Alamigo griff, entflohen sie bei Nacht und Nebel in den sicheren Schoß ihrer Heimat. Wie kann durch ein Volk zum Verbündeten werden? Ein Volk, das den Konflikt so sehr scheut, dass es Freund wie Feind den Rücken kehrt. Ein Scharlayan. Oh, sehr geil! Ich dachte schon, die lassen uns nie vom Schiff runter. Was erwartet uns bei diesen bürokratischen Spießrouten? Lauf wohl als nächstes? Einreiseprotokolle? Ganz recht. Ich hoffe, wir können die lästigen Formalitäten rasch und ohne Probleme hinter uns bringen. Scharlayans Grenzen sind geschlossen, oder? Was machen wir, wenn mir und gewissen anderen Fremdlingen die Einreise verwehrt wird? Das stimmt. Die Grenzen stehen nur den Bürgern einiger weniger neutraler Nationen einer ausgewählten Allianz offen. Allerdings kann sich auch Scharlayan nicht vollständig von der Außenwelt abschotten. Andernfalls wäre es ihnen unmöglich, Informationen und Wissen anzuhäufen, was ja letztendlich ihr erklärtes Ziel ist. Von daher sollten wir eigentlich auf keine großen Hindernisse stoßen, solange wir bei der Einreise die entsprechenden Papiere einreichen, die Identität und Absicht des Besuchs darlegen. Wenn's weiter nichts ist. Aber eins sollte allen klar sein. Man wird uns sicherlich fragen, welcher Organisation wir angehören und weshalb wir einreisen wollen. Wir sollten jede Erwähnung des Bundes der Morgenröte dabei tunlichst vermeiden. Andernfalls könnte es sein, dass man uns direkt der Tür verweist. Gut zu wissen. Krile hat uns vorausschauend als Unterstützer von Baldesions Gelehrten angekündigt, die bei dem Wiederaufbau der Organisation helfen sollen. Wir dürfen ihnen keinen Grund geben, diese Geschichte anzuzweifeln. Ich schlage vor, du fungierst als der Leiter unserer kleinen Gruppe. Einverstanden. Wenn ich mich richtig erinnere, dann muss man sich hier direkt am Hafen anmelden. Also gut, bringen wir es hinter uns. Oh, ja, dann bringe ich gleich mal die Gassi runter hinter uns. Ich habe aber auch vergessen, Bescheid zu sagen, dass er den Hund mitnehmen soll. Es ist zu spät. Wir haben eingetroffen und wünschen, die Einreiseformalitäten zu erledigen. Natürlich, natürlich. Wie ich sehe, tragt ihr das Zeichen der Exegeten. Korrekt. Mein Name lautet Graha Tia, meines Zeichens Mitglied von Baldesions Gelehrten. Ich war Teil einer Expedition nach Eosea und bin nun zurückgekehrt, um im Mutterland beim Wiederaufbau unserer Organisation zu helfen, gemeinsam mit meinen Begleitern. Reicht so. Eure Ankunft wurde bereits erwartet und die entsprechenden Anträge dazu vorab eingereicht. Wie ich sehe, sind weitere Exegeten in eurer Begleitung. Wir werden deren Einreiseformalitäten zuerst abhandeln. Ich bitte, vorzutreten und den Namen zu nennen. Ich tolle Ruhe. Das ist ein magisches Namensverzeichnis. Es gleicht automatisch die eingetragenen Namen mit dem Staatsregister ab. Ausgezeichnet. Dann wäre die Identität aller Exegeten bestätigt und die Einreise vorschriftsmäßig registriert. Kommen wir zu den nächsten Antragstellern. Bitte vorzutreten. Aufmerksamkeit. 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 noch sei sie mir denn gestattet. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sohn und Tochter des angesehenen Ratsmitglieds Léveilleur jüngst in Ungnade gefallen seien. Selbstverständlich ist dies kein Grund, die Einreise zu verbeigern. Dennoch ein gut gemeinter Ratschlag in Zeiten voller Aufruhr. Bereitet keinen Ärger. Seid unbesorgt. Wir werden euren Ratschlag beherzigen. Wie viele Minuten dauert es, bis es in die Hose geht? Damit verbleiben noch zwei Mitglieder meiner Reisegruppe. Ihre Formulare wurden ebenfalls vorab eingereicht. Nun gut. Name und Profession? Abenteurern, Bieter hochqualifizierend. Wer darf Güter hält denn? Äh, Abenteurern. Machen wir einfach mal. Eine Abenteurerin also? Ich schätze, das geht in eher sehr dieser Tage als Beruf durch. Zumindest mit den Angaben im Formular deckt. Nun gut. Pascht. Ein Einreiseantrag sei stattgegeben. Bleibt noch der letzte Antragsteller. Name und Profession? Die ist nicht begeistert. Das Kindergärten betreut die Lada-Fitz. Oh, sehr geil. Krila! Der Lada ist aber ganz schön kratztbürstig. Aber offen gestanden bin ich mir nicht sicher, ob ihr eine weise Wahl getroffen habt. Ein falscher Schritt eurer Helfer und Baldesions Gelehrte werden die Konsequenzen tragen müssen. Wie geht mir die Kleine auf den Keks? Ich muss eure Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit sehr zu schätzen. Aber seid unbesorgt. Alle Mitglieder dieser Runde sind meine persönlichen Bekannten und haben einen makellosen Ruf. Das, was in die Hose geht. Das, was in die Hose geht. Das, was in die Hose geht. So, ich hoffe, die Szene ist jetzt tatsächlich gleich vorbei, weil ich muss unbedingt mit dem Hund. Ich werde so oben schon rumtrappeln. Willkommen in Scharlayan. Jo, ich sage, ich war schon nicht mal draußen. Sag mal, steht mir als dein Leibwächter eigentlich ein Sollzug? Den bezahle ich dir, wenn du gelernt hast, auf dich selbst aufzupassen. Oh, sehr gut. Okay, so, dann bin ich einmal ganz, ganz kurz mit dem Hund draußen. Und, alter. Lodrio, stell mich einmal nach hier draußen. Das hält ja keiner aus. So, und dann bin ich gleich wieder da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020